einen herzlich willkommen hier ist euer beer leidenschaft und heute testen wir das berliner kindle weiße geschmack himbeer heute genau das ist das letzte test vom biersüffler vom paket es fehlt noch rebarber das werde ich mir noch besorgen aber hier das ist das letzte von heute was mir heute testen und dann kommt mal noch das rebarber das werde ich mir noch besorgen genau ich ein mischbier und aus berlin genau ja zutaten kennen wir hefe und ihr wisst schon machen wir mal eine flasche auf sieht gut aus gutes design auf jeden fall bierdampf kommt auch raus und dann nochmal mal den ein chunk sehr sehr rötlich jedes ganze aus und ja da haben wir uns unser kirsch nein himbeer himbeer bier da steht er mir zum wohl ja bissel schaumig ja schmeckt auf jeden fall nach himbeer es schmeckt nach himbeer nur bissel zu kalt und bissel zu süß seit 1872 ja wird ein kurzes video ja das war's mit dem test für heute und wir sehen uns beim nächsten biertest bis dann 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020